Der Narr liest Die Straße Von H.P. Lovecraft Es gibt einige, die behaupten, Dinge und Orte seien beseelt, und es gibt andere, die behaupten, sie seien nicht beseelt. Ich selbst wage nicht, mich für eine dieser Seiten zu entscheiden, sondern werde einfach von der Straße berichten. Einst wurde diese Straße von starken und ehrenhaften Männern erbaut, gute und tapfere Blutsverwandte, die von den gesegneten Inseln übers Meer hergekommen waren. Zuerst waren sie bloß ein Trampelpfad, ausgetreten von Wasserträgern, der von der Quelle im Wald zu den Häusern an der Küste führte. Doch dann, als immer mehr Menschen in die ziemlich zahlreicher werdenden Häuser zogen und Platz zum Wohnen benötigten, erbauten sie in nördlicher Richtung Hütten aus starken Eichenpfählen und Steinmauern zur Waldseite hin, denn dort lauerten viele Indianer mit ihren Feuerpfeilen. Und wenige Jahre später erbauten die Menschen ihre Hütten auf der südlichen Seite der Straße. Männer mit kegelförmigen Hütenschritten würdevoll die Straße auf und ab, und meist trugen sie Musketen oder Vogelflinten bei sich, und natürlich sah man auch ihre haubentragenden Frauen und brave Kinder. Am Abend saßen diese Männer mit ihren Frauen und Kindern um gewaltige Herdfeuer, lasen sich vor und plauderten miteinander. Sie sprachen über sehr einfache Dinge, doch sie schöpften daraus Güte und Beherztheit, die ihnen bei ihrem Tagwerk half, den Wald zu roden und die Felder zu bestellen. Und die Kinder lauschten und erfuhren von Gesetzen und Taten aus alter Zeit und vom lieben England, das sie nie gesehen oder an das sie sich nicht zu erinnern vermochten. Es brach ein Krieg aus, und danach suchten keine Indianer mehr die Straße heim. Die Männer waren emsige Arbeiter, und sie wurden wohlhabend und so glücklich, wie es nur sein konnte. So wuchsen die Kinder ohne Sorgen auf, und aus dem Mutterland kamen immer mehr weitere Familien, um in der Straße zu leben. Und die Kinder der Kinder und die Kinder der Neuankömmlinge wurden erwachsen. Der Ort war nun eine Stadt geworden, und eine Hütte nach der anderen wich den Häusern. Schlichten, schönen Häusern aus Ziegelstein und Holz, mit steinernen Stufen und eisernen Geländern und Oberlichtern über den Türen. Diese Häuser waren keine klapprigen Bauten, sollten sie doch vielen Generationen als Wohnstadt dienen. Im Innern erblickte man Kamine, deren Simse mit Schnitzereien verziert waren, elegante Treppen und praktisches, hübsches Mobilar, Porzellan und Silber, das aus dem Mutterlande stammte. Und so nahm die Straße die Träume eines jungen Volkes in sich auf und freute sich, dass ihre Bewohner immer eleganter und glücklicher wurden. Wo früher nur Autorität und Ehre geherrscht hatten, gesellten sich nun Geschmack und Bildung hinzu. Bücher und Gemälde und Musik zogen in die Häuser ein. Die jungen Männer gingen zur Universität, die sich über der Ebene im Norden erhob. In dieser Welt der kegelförmigen Hüte und Degen, der Stickerei und schneeweißen Perücken gab es nun Kopfsteinpflaster, über das viele Vollblutpferde trabten und zahlreiche vergoldete Kutschen klapperten, sowie Gehsteige aus Ziegeln mit Böcken zum Aufsteigen und Pfosten zum Anbinden von Pferden. In dieser Straße wuchsen viele Bäume, Ulmen und Eichen und Ahornbäume voller Würde, die im Sommer eine Szenerie sanften Grüns voller Vogelsang schufen. Hinter den Häusern befanden sich ummauerte Rosengärten mit Hecken umsäumten Gehwegen und Sonnenuhren, wo des Abends Mond und Sterne anmutig aufstrahlten, derweil auf duftenden Blüten der Tau funkelte. Und so träumte die Straße weiter, ungeachtet aller Kriege, Nöte und Veränderungen. Einmal gingen die meisten der jungen Männer fort, und manche von ihnen kehrten nie zurück. Das war, als die alte Flagge eingeholt und durch ein neues Banner mit Streifen und Sternen ersetzt wurde. Doch obgleich die Menschen nun von einer großen Veränderung redeten, fühlte die Straße sie nicht, denn die Leute waren noch immer dieselben, und sie sprachen von den alten, vertrauten Dingen in der alten, vertrauten Weise. Und in den Bäumen lebten noch immer Singvögel, und wenn der Abend anbrach, blickten Mond und Sterne herab auf die taub benetzten Blüten in den ummauerten Rosengärten. Irgendwann sah man keine Degen, Dreispitze oder Perücken mehr auf der Straße. Wie sonderbar muteten die Bewohner nun an mit ihren Gehstöcken, hohen Hüten und kurzgeschnittenen Haaren. Neue Geräusche drangen nun aus der Ferne heran. Die Luft war nicht mehr ganz so sauber wie einst, doch die Atmosphäre des Ortes hatte sich nicht verändert, denn die Straße war durch das Blut und die Seelen der Vorfahren geprägt worden. Diese Atmosphäre wandelte sich auch nicht, als sie die Erde aufrissen, um sonderbare Rohre zu verlegen, oder als sie die hohen Masten aufrichteten, die eigenartige Drähte trugen. Es lebte so viel altes Wissen in dieser Straße fort, dass die Vergangenheit nicht so einfach in Vergessenheit geraten konnte. Dann begann eine unheilvolle Zeit, als viele die Straße, die sie von früher kannten, nicht mehr wiedererkannten und viele sie kennenlernten, die sie bisher nicht gekannt hatten, und wieder fortzogen, denn ihre Sprache war rau und grimmig und ihr Benehmen und ihre Gesichter unfreundlich. Selbst ihre Gedanken waren mit dem weisen, gerechten Geist der Straße einfach unvereinbar, und in stummer Schmach ertrug die Straße den Verfall der Häuser und wie die Bäume, einer nach dem anderen abstarben und Unkraut und Müll die Rosengärten besudelte. Doch als eines Tages erneut die jungen Männer davonzogen und manche nicht mehr heimkehrten in ihren blauen Kleidern, da regte sich der Stolz der Straße. Im Laufe der Jahre befiel die Straße noch schlimmeres Unglück. Die Bäume waren nun alle dahin, die Rosengärten verdrängt durch die Hinterhöfe billiger, hässlicher Neubauten in den Parallelstraßen, und doch harrten die Häuser aus, trotz dem Zahn der Zeit und den Stürmen und den Würmern waren sie doch erbaut worden, um vielen Generationen als Wohnstadt zu dienen. Neue Gesichter tauchten auf, dunkle, finstere Gesichter, mit verstohlenen Blicken und merkwürdigen Zügen, deren Besitzer fremde Worte sprachen und Schilder mit bekannten und unbekannten Schriftzeichen an den meisten der modrigen Häuser anbrachten. Auf den Bordsteinen wimmelte es von Handkarren, ein schmutziger, unbestimmbarer Gestank legte sich über alles und der uralte Geist schlief. Einmal erfüllte große Aufregung die Straße, jenseits des Meeres wüteten Krieg und Revolution, ein Herrschergeschlecht war gestürzt worden und seine verkommenen Untertanen strömten mit dubiosen Absichten in das Land im Westen. Viele davon suchten Unterkunft in den beschädigten Häusern, die einst den Gesang der Vögel und den Duft der Rosen gekannt hatten. Dann erwachte auch das Land im Westen und eilte seinem Mutterland im titanischen Ringen um die Zivilisation zur Seite. Noch einmal flatterte die alte Fahne über den Städten, begleitet von der neuen Flagge und von einer einfacheren, aber ruhmreichen Tricolore. Über der Straße jedoch wehten nur wenige Fahnen, denn dort brüteten bloß Furcht und Hass und Unwissen. Wieder zogen junge Männer fort, doch nicht mehr so wie die jungen Männer alter Zeiten. Etwas fehlte, und die Söhne der jungen Männer von einst zogen noch beseelt vom wahren Geiste ihrer Ahnen in Oliv gekleidet von dannen, kamen von entfernten Orten und sie kannten die Straße und ihren alten Geist nicht. Jenseits des Meeres wurde ein großer Sieg errungen und die meisten der jungen Männer kehrten im Triumph zurück. Jenen, denen es zuvor an etwas gemangelt hatte, mangelte es nun an nichts mehr, doch in der Straße brüteten noch immer Furcht und Hass und Unwissenheit, denn viele Söhne waren nicht mehr zurückgekehrt und viele Fremde aus fernen Landen waren in die alten Häuser eingezogen und die jungen Männer, die heimgekommen waren, wohnten dort nicht länger. Dunkelhäutig und finster waren die meisten der Fremden, obgleich man unter ihnen zuweilen Gesichter fand, die denen ähnelten, die einst die Straße erbaut und ihren Geist geprägt hatten. Ähnlich und doch unähnlich, denn in ihrer alle Augen lag doch ein merkwürdiges, ungesundes Funkeln, das von Gier, Machthunger, Rachsucht und fehlgeleiteter Leidenschaft kündete. Unruhe und Verrat herrschten unter einigen bösartigen Menschen, die sich verschworen hatten, um dem Land im Westen den Todesstoß zu versetzen, um über dessen Ruinen herrschen zu können, ganz nach Art der Meuchelmörder, die in jenem unglückseligen, kalten Land, aus dem die meisten von ihnen stammten, die Macht erlangt hatten. Und das Herz dieses Komplotts schlug in der Straße, in deren baufälligen Häusern es von Eindringlingen wimmelte, die Zwietracht säten und deren Wende widerhalten von den Plänen und Appellen derer, die sich nach dem festgesetzten Tag von Blut, Feuer und Verbrechen sehnten. Die Gesetzeshüter redeten viel von den zahllosen, merkwürdigen Versammlungen in der Straße, doch dagegen vorgehen konnten sie kaum. Voller Tatendrang tauchten Männer mit versteckten Abzeichen an Orten wie Petrovics Bäckerei, der verwahrlosten Rifkin-Schule für moderne Wirtschaftswissenschaften, dem Circle Social Club und dem Libere Café auf. Dort lauschten sie den vielen finsteren Männern, deren Reden jedoch stets vorsichtig oder in fremden Sprachen formuliert wurden, und noch immer standen die alten Häuser mit ihren vergessenen Fabeln aus edleren, vergangenen Jahrhunderten, ihrem Wissen über die derben Bewohner zur Kolonialzeit und darüber, wie die Tautropfen die Rosengärten im Mondschein bedeckt hatten. Zuweilen kam ein einsamer Dichter oder Reisender, um sie sich anzuschauen und vorzustellen, wie sie in ihrem entschwundenen Glanz ausgesehen haben mochten, doch es gab nur wenige solcher Dichter und Reisender. Es verbreitete sich nun rasch das Gerücht, dass sich in diesen Häusern die Anführer einer großen Bande von Terroristen aufhielten, die an einem bestimmten Tag eine Orgie der Gewalt auslösen wollten, um ganz Amerika und all die schönen alten Traditionen auszulöschen, die die Straße so geliebt hatte. Handzettel und Zeitungen flogen durch die schmutzigen Gossen, Handzettel und Zeitungen in vielen Sprachen und Schriftzeichen gedruckt, doch alle verkündeten Botschaften des Verbrechens und der Rebellion. In diesen Schriften wurde das Volk aufgefordert, die von unseren Vätern hochgeschätzten Gesetze und Sitten auszumerzen, um die Seele des alten Amerika zu zerstampfen, die Seele, die das Vermächtnis von anderthalb Jahrtausenden angelsächsischer Freiheit, Gerechtigkeit und Mäßigung war. Es hieß, dass die dunkelhäutigen Männer, die in der Straße wohnten und sich in den vermoderten Bauwerken versammelten, die Anführer einer abscheulichen Revolution seien, dass auf ihr Wort hin viele Millionen hirnloser, törichter Scheusale aus den armen Vierteln von tausend Städten ihre widerwärtigen Klauen ausstrecken würden, um zu brandschatzen, zu morden und zu zerstören, bis vom Lande unserer Väter nichts mehr übrig sei. All dies wurde berichtet und weitergesagt, und viele erwarteten voller Grauen den vierten Tag des Juli, um den die seltsamen Schriften viele Andeutungen machten, doch konnte man nichts entdecken, was die Schuldigen überführt hätte. Niemand wußte, wer festgenommen werden mußte, um die abscheuliche Verschwörung im Keim zu ersticken. Mehrmals kamen Gruppen von Polizisten in blauen Mänteln, um die baufälligen Häuser zu durchsuchen, doch sie gaben es schließlich auf, denn auch sie waren es müde geworden, auf Recht und Gesetz zu achten, und nun überließen sie die Stadt ihrem Schicksal. Dann tauchten Männer in olivenfarbener Kleidung mit Flinten auf, so daß es den Anschein hatte, die Straße Träume in ihrem traurigen Schlaf von jenen alten Tagen, als Männer mit Musketen und kegelförmigen Hüten von der Quelle im Wald bis zu den Häusern an der Küste liefen. Aber es konnte nichts unternommen werden, um die bevorstehende Katastrophe zu verhindern, denn die dunklen, finsteren Männer waren sehr gerissen. Und so schlief die Straße ihren unruhigen Schlaf weiter, bis sich eines Nachts in Petrovics Bäckerei, der Rifkin-Schule für moderne Wirtschaftswissenschaften, dem Circle Social Club, dem Liberty Café und an anderen Orten gewaltige Massen von Menschen versammelten, deren Augen leuchteten in schrecklicher Siegesgewissheit und Vorfreude. Über die verborgenen Drähte wurden sonderbare Botschaften gesandt, und es gab viel Gerede über noch sonderbarere Nachrichten, die noch eintreffen sollten. Das meiste davon erfuhr man jedoch erst im Nachhinein, als das Land im Westen vor der Gefahr gerettet war. Die Männer in den olivenfarbenen Uniformen wußten nicht, was da vor sich ging oder was sie unternehmen sollten, denn die dunkelhäutigen, finsteren Männer waren hinterlistig. Und doch werden die Männer in den olivenfarbenen Uniformen sich stets jener Nacht entsinnen und ihren Enkeln von der Straße erzählen, denn viele von ihnen wurden gegen Morgen in einer Mission dorthin entsandt, die ganz anders war, als sie erwartet hätten, dass dieses Schlupfloch der Anarchie schon lange existierte, war bekannt, und auch, dass die Häuser des Alters und der Schäden der Stürme und des Befalls der Würmerwegen bereits schwankten. Doch waren die Geschehnisse dieser Sommernacht eine Überraschung, und zwar wegen ihrer äußerst merkwürdigen Einheitlichkeit. Es war in der Tat ein überaus einzigartiger Vorfall und dabei doch ein ganz einfacher, denn in den frühen Morgenstunden nach Mitternacht vereinten sich all die Verheerungen der Jahre und der Stürme und des Gewürms ohne Vorwarnung zu einem ungeheuerlichen Höhepunkt, und nach dem Zusammenbruch stand in der Straße nichts mehr außer zwei uralten Schornsteinen und dem Teil einer stabilen Ziegelmauer. Nichts, was zuvor lebendig gewesen war, kam lebend aus den Ruinen. Ein Dichter und ein Reisender, die mit der großen Menschenmenge kamen, um den Ort des Geschehens zu sehen, erzählen sonderbare Geschichten. So behauptet der Dichter, dass er in den Stunden vor der Morgendämmerung die schäbigen Ruinen im undeutlichen Licht der Bogenlampen betrachtete, und dass über den Trümmern ein anderes Bild geschwebt habe, in dem er Mondlicht und schöne Häuser und Ulmen und Eichen und erhabene Ahornbäume habe erkennen können, und der Reisende erklärt, dass er anstelle des gewohnten Gestanks des Ortes einen feinen Duft wahrgenommen habe, den Duft von Rosen in voller Blüte. Doch sind die Träume der Dichter und die Berichte der Reisenden nicht meist erlogen? Es gibt einige, die behaupten, Dinge und Orte seien beseelt, und es gibt andere, die behaupten, sie seien nicht beseelt. Ich selbst wage nicht, mich für eine dieser Seiten zu entscheiden, aber ich habe Euch von der Straße berichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 für funk, 2017 Vornehm allen nous uns zu